Fuck, Alter, das ist kacke mit einem Schuss. Ich kann eben hinterher, aber ich weiß nicht, ob das gerade sinnvoll ist. Oh mein Gott, 17 Zombies. Ah, ich habe einen Headshot gegeben, Alter, er ist down. Nice. Ja, ich, äh, fahre ich down noch richtig? Ich habe den Kill, die ist doch doch, Vater. Ja, er ist down. Ja, jetzt kommt er da her. Aber hier sind so viele Zombies, ich kann ja nicht looten. Die kann man ja, die kann man nicht töten, wenn die auf einen zukommen. Oh, jetzt kommt ihr ein Zombie, Alter, oder was? Hier liegt noch eine Honey-Batsche. Oh, Alter, ich loot schon. Bin schon am looten, hier liegt viel Zeug, aber ich brauche was mit dem Moon. SKS liegt hier in jeder Baracke. MP5, es liegen hier die geilsten Waffen rum, aber... Ich brauche noch 9 Millimeter, wenn jemand hätte. Was hast du für eine Waffe? MP5. Ah, ne, auch schon eine Magazine. Ein Magazin habe ich, ich bräuchte nur die... äh, Muni. Achso, 9 mal 19? Ja. Komm rein. Oh, liegt hier viel Scheiße, Romy, Jungs. Hä, da ist jemand, da ist jemand, Neko. Wo? Die Tür ist gerade aufgegangen. Rechte Seite. Nein. Oh, noch einer. Hab ihn. Noch einer, direkt in der Halle. Ja, ja. Scheiße, ich habe nur noch 5 Schuss. Was soll ich machen? Meine Waffen nehmen. Wo sind die Gegner? Kolmar. Direkt bei uns, davor. Außerhalb noch? Ja. Ja, davor, ja. Ich blute ohne Ende, Alter. Ich, ich... Ja, ich komme schon, ich komme schon. Den Spieler hätte ich... Was hat denn der gehabt für eine Waffe? Äh, automatisch waren beide full Gilly. Ah, der hat Zombies draußen. Der hat Zombies, der ist abgelenkt. Ich komme rein, ich komme rein. Der ist abgelenkt, der hat Zombies. Wie, du bist... Du bist nicht bei mir. Also, du bist nur... Ach, du bist da, ah. Ja, du hast doch Marker. Ja, ja, ja. Aber der hat Zombies, der hat Zombies. Der ist mal abgelenkt. Wer hat Zombies? Gegner. Kann ich mich verbinden? Siehst du meinen Eingang? Ich sehe jetzt deinen Eingang, ja. Ganz, ganz, ganz. Bin nämlich schon ganz grau. Ich höre Steps. Alles gut, alles Zombies bisher. Okay. Alles Zombies. Ich sehe deinen Eingang. Eigentlich bleib mal da, wo du bist. Ich kann nicht kommen, wenn der kommt. Der hat noch... Ich glaube, der ist bei Blue drin. Bei Blue ist er drin, glaube ich. Nico, hast du noch Muni für deine Waffe? Irgendwo ist noch ein halbes Magazin. Du kriegst dein Zeug natürlich wieder, wenn du bekommst. Ja, mach das wohl. Also wie gesagt, ich glaube, dass er bei Blue drin ist. Genau vor dir. Wo ist er hin, Mann? Weg. Er ist abgehauen. Der war doch gerade wieder hier. Oder hat er sich auch ausgelockt? Ach. Warte mal. Hab ihn. Hat er bei den Leichen? Ja. Ja, nice. Warte, ich ziehe mal den Zombie hier weg. Was hat denn der für Waffen waren? Hat der meinen Ritterhelm? Zufällig, weil der hat vorhin auch gefehlt. Der hat mir Ritterhelm geklaut, die Typen. Bobby, komm noch mal her. Ich will dich einschließen. Ist ja geil. Hat der gelootet, oder was? Das war der beste Kill heute, oder? Nico? Sag mal. Was hat denn der? Hat der noch irgendwas Spannendes gehabt? Hier ist mein Zeug. Alter, ich ist noch alles voll. Lass mich doch mal bitte erst meine Waffe suchen. Nico, komm mal her. Ich habe noch einen, den, den ich eben erschossen habe. Nico ist immer so gereizt gleich, Alter. Ja, was kommt? Du müsstest was dort machen. Ja, ich packe es. Ich packe auch alles ein jetzt an Waffen. Ohne, ich habe keinen Platz mehr. Warte mal, das sind doch komische Steps, die hier sind. Nico. Bin nicht mal bei euch. Äh, Manu, hast du die Steps gehört? Hm. Das ist ein Spieler. Sicher? Dave. Pass auf, die Tür geht gleich auf. Ja, hier sind Spieler rechts draußen. Wenn du nur nach draußen kommst, rechts. Ja, bei uns an der Baracke direkt, oder was? Ja, 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 ja. Der hat auch eine Pistole in der Hand. Der looted, der looted. Alter, Mau, du willst einen Kill haben und ein Video machen oder pümmelst die? Ja. Na. Na, sehr gut. Meine Güte, ey. Man muss hier alles callen. Hey, ich dachte, du willst ihn erschießen. Nein. Ich habe hier auch noch einer war. Ne. Gut. Ja, gut, das war es jetzt mit meiner Muni. Ja, hast du jetzt so viel Schuss für einen Bambi gebraucht? Ja. Der hat den ganzen Mac reingefeuert. Ah, schlägt doch mich. Ich habe keinen ganzen Mac reingefeuert, aber ich hatte ja nicht viel drin. Warte, warte, warte. Ach, Jungs. Ist du tot? Ja. Komm, Manu, Alter, let's go. Warte, warte, ich muss... Warte, kannst du einen sehen? Ja, außer, es ist ein Bart. Ja, da ist ein Bart. Ja, okay. Ja, da ist ein Zombie davor. Warte mal. Ich mach mal auf. Warte, 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 warte. Im Bartezimmer, ja? Ah, fuck, fuck, ich habe keine Muni mehr. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ich habe ihn getrunken. Ich auch, ich habe zwei Cuts. Ich habe auch zwei. Ja, direkt hinter mir, halt. Jetzt auf Höhe, Maikai, ja, am Zaun ist einer. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber... Ihr seid vielleicht tot. Hinter... Ich seh, ich seh. Hinter euch schon. Jo, ist down. Hast du down? Ja, ist schon. Oder war so ein Bambi? Er hat eine Waffe zumindest in der Hand. Ne, aber du willst... Äh, der hatte nur... Also, er hatte keinen Rucksack auf oder sonst sowas. Bart? Ich, bei mir ist alles grau. Ich habe kein Blut. Ich glaube, es war so dunkles Grün. Ich guck mal. Ich gehe mal hin. Der hatte eine BK43 und sonst... Nix kannst du... Also, eigentlich... Also, Bambi. Dann war das ja nicht. Hier waren die jetzt, oder was? Ich habe sie. Ich habe sie. Wo, 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 wo? Ich bin auch vor mir. Auf NE. Hinter dem Haus, wo ich jetzt schaue. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Kannst du sie von oben sehen? Ja, ich sehe, der kämpft gerade mit dem Zombie, ne? Die Schlangen, Zombies. Die Schlangen, Zombies. Die hat doch hinterher. Hast du? Eigentlich müsste er getroffen haben. Hat er gerade daneben geschossen? Nein. Der ist ins Haus gerannt. Oh, der hat ein Zombie gemacht. Wie kannst du an dem schießen? Oh, jetzt kommen die ganzen Zombies. Der ist im Haus drin, vor mir. Genau vor mir. Kannst du ihn sehen? Nene, ich sehe nicht. Ja, ich sehe ihn sehen. Im Fenster. Ich dachte, du bleibst auf dem Berg, damit du das... Links ist ein Spieler. Pass auf, Mann. Der hat dich gesehen. Warum rennst du mir denn hinterher, Mann? Ich bin gemutet. Oh, nee. Ich bin gemutet. Ups. Alter, du bist ja so bescheuert gerannt. Und da ist noch einer mit einer Wecke. Meine Güte. Warum bist du nicht auf den Berg fliegen? Das war doch voll gut. Ja, du hast eine Mosin, Johan. Ja, hä, was ist das? Du hast auch eine Mosin. Ja, aber ich habe die Spott. Ja, ich bin eh down. Kannst du vergessen. Du bist tot. Ich habe vier Zombies hinter mir und ich laufe sehr langsam. Ja. Da sind viele Spieler, die aber noch alle rumrennt. Ja, ich bin tot. Hat einen Hit. Wo ist er hin? Geht näher ran. Komm zu dir. Direkt nach vorne. Ist tot. Pass auf. Ich habe keine Money mehr. Ich habe keine Money mehr. Da war noch einer. Ein dritter. Full Equipter. Ich bin an... Ich bin an Cannes. Hier ist noch ein Full Equipter irgendwo. Ja, der stand einfach an einem Zaun, äh, links daneben. Also bei meiner Leiter. Pass auf, genau vor dir, Nico, am Haus. Hab ihn. Ja, nice. Nice. Ich bin nur ohnmächtig, Leute. Oh, das soll ich respawnen. Ich gucke mal. Ich sehe nämlich, ich sehe was. Ich habe Blickfeld, aber ich kann nichts machen. Also leichtes Blickfeld, weißt du. Wie viele Katschen hast du? Drei. Versuch dich zu managieren. Ich sehe dich. Das ist eigentlich immer ein Fehler, aber... Aber er macht es nicht. Er macht es nicht. Wenn ich respawn, ich kann ja hier spawnen. Oh, aber genauso. Genau. Und deswegen müssen wir uns beeilen. Oh, ich bin wach. Hey, dann versuch dich alleine zu managieren. Hier, die Verblende gehen schneller als Rex. Nimm, nimm, nimm. Ich habe mein dritter Helm. Ja, ich habe mein dritter Helm. Scheiß auf alles, lass abhauen. Alter, Nekro, hast du es aufgenommen? Ah, nee, dein Shadow Blade geht nicht, ne? Ich habe es aufgenommen. Aber der Witz war, ne? Ich habe die auf Semi-Automate gekillt, weil die Scheißwaffe nicht auf Fullock erstellt war. Komm weg, du. Nein, ich kann nicht rennen. Nicht schon wieder. Ja, hier hinten liegt noch eine Leiche. Ich hau jetzt ab. Hast du die Blade-Carrier gerade genommen? Ja, komm, lass abhauen, abhauen. Lass einfach gehen. Ich habe eine Honey-Badge im Weg noch. Lass abhauen, Jungs. Abhauen, abhauen, abhauen. Ja, guck mal, wie ich renne. Tabletten nehmen. Ich habe keine Tabletten. Komm, Nekro, abhauen, man scheiß auf den Typ. Ich habe keine. Damit ich nichts zu tun. Nekro, Ehrenmann, mein Helm ist noch ganz. Alter, ich habe dir den Helm geschossen, du Assi, und das lässt du mich hier im Stich. Ja, aber der hat die anderen fünf Leute gekillt hier, Mann. Ich habe zwei gekillt. Ja, Nekro, du hast drei, oder? Ich habe nur den einen und die anderen zwei kaputt geschossen. So wie immer. Das sah gut aus, Alter. So wie immer. Ich habe auch nicht gemacht. Geil, alter Scheiß. Hat Ihnen einer von euch irgendwie Morphine oder Engwitz? Ritterhelmen, 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 Sie haben bei mir, einer. Ich habe die Tabletten noch, wenn du näher rankommst, dann gebe ich sie dir. Wie witzig.